Das ist Robin. Robin arbeitet im Gastgewerbe. Hektik gehört da dazu. Auch für den Arbeitgeber. Der digitale Helfer-Vervor macht die Arbeit der beiden sowie vieler Schweizer Hotels und Restaurants effizienter. Während der Wintersaison ist Robin für ein Berghotel im Einsatz. Fällt jemand aus? Ist Ersatz im Betrieb schnell gefunden? Robin erhält die Info und springt ein. Der Dienstplan ist sofort für das ganze Team aktuell. Nach Dienstende prüft Robin die Arbeitszeiten und gibt sie, branchenüblich, Ende Monat frei. Die Lohnabrechnung ist kurz darauf in der App. Ein neuer Arbeitgeber ruft. Alle Infos bleiben nach dem Austritt in Verfur. Rückfragen beim Berghotel erübrigen sich. Robin schickt seine Daten sowie die ID virtuell ab und erleichtert die Einstellung für das HR. Und im Handumdrehen ist Robin Teil vom Team. Egal, wohin es in Zukunft geht. Favur macht den Stellenwechsel für alle Beteiligten einfach. Aber das Leben besteht nicht nur aus Arbeit. Einfach eine Ferienanfrage verschicken. Die Ferien werden übrigens automatisch ins Lohnbuchhaltungssystem von Miros übertragen. Los geht's! Robin genießt das Abenteuer sicher! Favur gibt es übrigens auch für den PC. Abenteuer. 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 Vielen Dank.